Ziel dieser Workshop-Einheit ist es, optimale Rollen beziehungsweise Typen für jeden individuellen Schauspieler zu finden, wozu das vielseitige Feedback der Gruppe sehr hilfreich ist. Die Audition Technique-Class wird in folgender Weise durchgeführt. Nachdem sich die Gruppe sehr gut kennengelernt hat, zum Beispiel durch die Übung Center Dance oder der Party Improvisation, werden Qualities, schauspielerische und persönliche Charaktereigenschaften gesammelt, sortiert und ausgewertet. In einem Abstimmungsverfahren kristallisieren sich drei besonders dominante Merkmale heraus. Danach werden gezielt Rollen gesucht und entwickelt, die diese drei Hauptcharakteristika nach Möglichkeit vereinigen. Mit besonders passenden Rollen und Vorsprechszenen, die wie ein Handschuh passen, dem Typ optimal entsprechen und die Stärken des Schauspielers unterstützen, erlangt der Schauspieler große Vorteile. Elegant. 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 Mysteriös. Mysteriös. Gangster. 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 So jetzt. Ja, 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 ja. Also... Meino. Okay. Mach ich mal Gangster-like. Also ich hätte gerade gesagt Vertrauenserweckung. Ja. Männlich. Männlich. Okay. Absurd. Männlich ist gut. Kraftvoll. Kraftvoll. Okay. Männlich. Kraftvoll. Okay. Männlich. Sag mal gehört zusammen. Lieb. Lieb. Ja. Du wirst mir bestimmt mal feststellen. Nein. Nein. Los, Offil sehr.